Wussten Sie schon? Ein Internetnutzer besucht eine Homepage mit Videoinhalten im Schnitt 2 Minuten länger. Auf Webseiten wird häufiger zugegriffen, wenn es regelmäßige Video-Updates gibt. 70% der Top 100 Suchergebnisse im Web sind Videos. Es gibt kaum noch erfolgreiche Webseiten ohne mindestens ein Video. Durch Videos wird Ihr Unternehmen noch interessanter präsentiert. Ihr Angebot ist leichter darstellbar. Informationen werden hochwertig und emotional vermittelt. Abläufe werden verständlicher. Videos leisten starke Überzeugungskraft. Wieso? Informationen werden besser verarbeitet, wenn sie visuell und akustisch wahrgenommen werden. Der Nutzer schaut lieber ein 2-Minuten-Video als sich einen langen Text durchzulesen. Dank immer schnellerer Netze und QR-Codes sind Videos immer und überall abrufbar. Seit 2011 hat die mobile Videonutzung um 5.000% zugenommen. Plattformen wie YouTube erreichen bis zu einer Milliarde Zuschauer täglich. In sozialen Netzwerken werden Videos doppelt so häufig geteilt wie Fotos. Bis Ende 2015 werden 80% der Daten im Internet videobasiert sein. Videokommunikation ist die Zukunft. Werden auch Sie Teil davon mit Ihren eigenen Online-Videos. аны Halbert Caroline серь trem